einen wunderschönen guten abend auch von meiner seite heute hier in den big local studios mein name ist jonas schneider und ich bin einer der gründer von berg und mache ein unternehmen hier aus münchen und wir sind experten für agile transformationsbegleitung im bereich agile organisationsentwicklung new work und unternehmenskultur und genau deswegen haben wir auch zu dem thema heute abend jetzt hier eine weitere session zu dem thema purpose und unternehmenskultur in der praxis ich freue mich sehr wir haben nämlich am montag schon die kalt culture stage hier beim big and growing festival mit gestalten dürfen und können das jetzt heute eben abrunden mit zwei wunderbaren gästen hier bei mir auf der couch warum haben wir uns gerade für das thema purpose und unternehmenskultur entschieden weil wir sind der festen überzeugung dass das thema dieser gemeinsame antrieb dieser purpose eben eine mannschaft ein unternehmen vereinen kann gemeinsam ausrichten kann und vor allem deswegen orientierung gibt in zeiten wo sich ständig an veränderungen eintreten und darüber hinaus ist auch bewiesen dass so ein gemeinsamer sinn und zweck einem auch motivation schaffen kann also das heißt diese intrinsische motivation schafft wenn ich also weiß was mein beitrag zu einem gemeinsamen ziel ist und deswegen sind wir überzeugung dass ein sehr wichtiges thema ist vor allem weil es auch eben vielen leuten im schwerfeld in der praxis tatsächlich so ein purpose zu verankern in den alltag zu bringen und deswegen freue ich mich sehr auf meine beiden gäste heute abend hier zwei social entrepreneurinnen hier aus münchen die ich mit dabei habe und freue mich sehr einerseits auf katharina meyer die gründerin von kuchen tratsch kuchen tratsch vor gut sechs jahren hier in münchen gestartet ein unternehmen das es eben schafft seniorinnen und senioren zusammenzubringen in einer küche und dort eben ein schönes geschäftsmodell aufgebaut hat nämlich um eben kuchen dann in einem online shop zu versenden und eben in die welt zu bringen und auf der anderen seite sarah brun gründerin von social be also ein unternehmen das sich eben für die integration von geflüchteten einsetzt und es eben schafft leute die hier nach deutschland zu uns kommen in die arbeitswelt hier rein zu vermitteln und dort eben projekte aufzustemmen und eben diese menschen dann rein in die arbeitswelt zu integrieren also zwei tolle beispiele wo wir gleich noch mehr hören werden wo man es eben schafft gesellschaftlichen zweck zu vereinen mit einem geschäftsmodell und mit unternehmertum schön freut mich sehr vielen dank dass ihr hier mit dabei seid und meine erste frage geht es auch mal um euren individuellen pöp ist ja gerade schon viel angesprochen sagt so purpose antrieb ist ja das was macht euch aus was ist das was euch antreibt ganz persönlich wer möchte starten gleichheit für vielfalt für eine bunte gesellschaft in der jeder eine chance verdient hat und genau ich persönlich meine eigene motivation ist es mit social be auch was aufzubauen wirklich was zu gestalten zu kreieren ich hätte mich auch einen anderen ngo anschließen können aber das was ich machen wollte hat niemand gemacht und ich persönlich habe auch richtig lust sachen aufzubauen und aus dem boden zu stampfen und ich glaube das ist auch so mein charakter typ ich bin kreativer typ der viel einfach anschiebt und wie gesagt wir haben jetzt mit geflüchteten gestartet jetzt starten wir auch mit menschen mit behinderung mit anderen zielgruppen also es geht immer wieder um anschieben 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 aber immer mit der motivation dahinter ein beitrag zu einer anderen gesellschaft zu einer besseren gesellschaft zu einer besseren welt auch zu machen und ich glaube diese beiden kombinationen die treiben mich an entrepreneurship aufbauen und eben für eine richtig gute sache für menschen mit menschen und aus leidenschaft sehr schön sehr starke startworte schon mal danke dir sarah wie ist bei dir katharina ja bei mir persönlich ich komme eigentlich eher aus der entwicklungszusammenarbeit ecke ich habe in dem bereich studiert ich habe mein praktikum war um europäischen parlament gemacht habe meine bachelorarbeit über mikrokredite in pakistan und indien geschrieben und wollte eigentlich immer bei der un arbeiten bei einer großen stiftung bei einer großen organisation und gutes tun und habe auf dieser reise festgestellt dass es doch immer wieder der falle ist dass impact nicht so ankommt wie er vielleicht ankommen soll ich mochte das modell nicht dass nach geld gebettelt werden muss und danach zwei drei projekte jahren projekte langweilig werden und neu gefördert gesucht und gefördert werden müssen und für mich war der gedanke etwas vor ort zu finden was etwas positives bewirkt und dabei auch noch sich selbst trägt das was mich angetrieben hat denn das war auch was was es zu dem zeitpunkt noch fast gar nicht gab es war entweder ein wirtschaftliches unternehmen oder eine stiftung und mein ziel und auch mein purpose ist diese beiden dinge zu vereinen und zu zeigen dass es nicht das ein oder das andere sein muss um positiv in der welt zu wirken und dabei auch umsatz zu machen sehr schöne beschreibung eben von social entrepreneurship eben genau diese beiden sachen zu vereinen könnt ihr so ein bisschen berichten so was in eurer erfahrung was also standet ihr vor gewissen hürden vielleicht wenn es genau um dieses thema ging was impact soziale also sozialen zweck zusammenzubringen etwas unternehmerischen habt ihr so ein paar geschichten anekdoten auf eurer reise schon die erlebt habt ich gehe davon aus dass wir beide so ein bisschen pionierarbeit geleistet haben und ich glaube viel ausprobiert haben weil es nicht so viele beispiele gab auf die wir zurückgreifen konnten und für mich persönlich gab es verschiedenste herausforderungen auf diesem ganzen weg der gründung ich glaube im starter bereich etwas alltägliches und die komponente etwas mit impact zu machen war in der herausforderung ich am meisten festgestellt habe dass ich und das was ich mir als idee überlegt hatte dass omas und opa's kuchen backen und wir den verkaufen dass die omas und opa zusammenkommen sich austauschen können der tätigkeit nachgehen und dazu auch noch ihre rente aufbessern können etwas war das für viele menschen nicht so im kopf zusammengepasst hat und auch meine eltern meinten so ja jetzt hast du studiert es macht doch was richtiges oder immer so das ist die das ist die oma katharina oder die kuchen katharina oder alles so süß ist also rosa und so und ich glaube das irgendwie zu schaffen auch mitzumachen in meinen augen weil für mich ist es nicht eine rosa welt die ganze zeit stattfindet war für mich die größte herausforderung diese annahmen und vorurteile mit zu nehmen und trotzdem das wirtschaftliche zu sehen und einfach auch einfach dieses knallharte wirtschaftstum zu haben und die beiden sachen zu kombinieren also ich kann mich da nur anschließen ich glaube da machen katharina und ich eine ähnliche reise durch ich glaube am anfang kommt man erst mal rein die sozial unter die sozial tante die macht was mit flüchtlingen das ist ja irgendwie nettes spendenprojekt aber was will die jetzt eigentlich und sich da auch sein standing zu arbeiten zu sagen wir als organisation als social business wir kosten was wir arbeiten professionell mit richtig guten leuten wir haben auch eine dienstleistung wir helfen euch gute mitarbeiter zu finden die wir entwickeln ja die haben fluchthintergrund oder die haben vielleicht ja sind menschen mit behinderung oder haben andere charaktereigenschaften die euch nur bunter machen und euch einen wert beifügen als unternehmen ich glaube diesen mindset shift der ist auf der unternehmensseite schwierig aber ich merke auch auf der sozialen seite also auch da tun wir uns schwer so zwischen schwarz und weiß ja zu sagen ja wenn du doch was soziales machen willst ja dann darfst du ja nichts dabei verdienen dann darfst du keine geschäftsmodelle haben oder macht doch gleich was richtiges geh wieder zurück ins investment banking ich persönlich habe bbl studiert und war lange so ein bisschen in der finance industrie im venture capital unterwegs dann macht auch investment banking verdienen richtig viel geld und dann engagiert ich doch ein bisschen sozialen denn wir doch ein partner machen das sind volunteering die anderen zwei drei stunden in der woche und die anderen 60 stunden jedoch in die richtige wirtschaft und macht was richtig ist also zu sagen schwarz und weiß weil das ist ja dann ehrlicher das sind so die statements mit denen wir glaube ich so konfrontiert werden aber auch ein mantra gegen das wir würde ich ganz sagen ja wo wir für was anderes stehen wollen für eine neue wirtschaft für eine in der man eben für die gesellschaft arbeitet und nicht auf deren kosten und jetzt habt ihr am anfang eben auch schon darüber berichtet was euer antrieb ist auf neudeutsch ist ja eben so dieses wort purpose sehr sehr weiches großes wort habt ihr für euch eine definition was purpose für euch bedeutet das wort der begriff ich kann einmal erzählen bei uns aus der firma wir haben uns dazu auch sehr viele gedanken gemacht und unser purpose das leben lebenswerter machen und das haben wir für uns auch noch mal weiter gedacht und gesagt das leben lebenswerter machen ganz klar für die omas und opas die bei uns backen auf der anderen seite auch für die mitarbeiter mitarbeiterinnen die vollzeit bei mir im team arbeiten um deren auch ein arbeitsumfeld zu schaffen was deren leben lebenswerter macht und mit dem modell das wir haben andere zu enablen und vorbild zu sein die sich auch trauen mehr im bereich sozial und wirtschaft zu kombinieren zu übernehmen und ich glaube das was oft irgendwie als schwierig gesehen wird ist diesen purpose zu definieren oder irgendwie so aber was ist denn das wie gehen das und ich glaube aber das ist eigentlich gar nicht schwierig in dem sinne es war eigentlich jeder und jede weiß was der purpose ist sondern das aufs papier zu bringen ist glaube ich die herausforderung denn oft ist es ein gefühl und emotionen die in einem selber schon steckt habt ihr da einen gewissen prozess durchgemacht um es aus papier zu bringen ja wir haben ganz viel warum fragen gestellt und irgendwie nicht aufgehört warum warum zu fragen denn natürlich beim ersten warum ist bei uns rausgekommen ja um den oma aufgabe zu geben ja warum ja damit die kontakte knüpfen können ja warum ja damit die was zur rente verdienen können also es gab so sehr viel warum warum und es hat uns einige warum gebraucht um dann wirklich darauf zu kommen und zu sagen unser purpose ist leben lebenswerter machen für uns und für die anderen und wie ist es für dich die begriff begriffsdefinition purpose also purpose als solches muss ja noch nicht unbedingt gesellschaftlichen impact bedeuten das heißt also ein bisschen eher der innere antrieb finden genau wie katharina gesagt hat das warum für sich zu finden warum gehe ich jeden tag zur arbeit warum stehe ich jeden tag auf und gehe in diese firma um was zu bewegen wie gesagt es kann auch auf produktseite sein oder es muss nicht immer was mit sozusagen gesellschaftlichen impact oder social impact zu tun haben ich persönlich habe natürlich für mich bei social bieten purpose definiert aber ich persönlich würde purpose für mich beschreiben als dieses warum stehe ich jeden morgen auf und freue mich auf die arbeit und das ist für mich weil ich ein team habe was mit leidenschaft arbeitet wir brennen alle für die gleiche sache also weil man hoffentlich oder idealerweise haben die leute einen sehr ähnlichen purpose wie die organisation selber also die organisation hat ein purpose aber eben auch jeder mitarbeiter hat auch ein purpose das heißt der eine legt vielleicht eher einen schwerpunkt auf das thema geflüchtete der andere liegt ein schwerpunkt auf das thema social business und hoffentlich zahlen die individual purpose auch auf den unternehmens purpose ein der bei uns eben ist als professionelles selbsttragendes social enterprise eben menschen gerade benachteiligte menschen chancengerechtigkeit zu verschaffen und nachhaltig in den arbeitsmarkt in deutschland und europa zu integrieren und damit eben für eine untere gesellschaft zu sorgen so ist aber uns aber schöne beschreibung dafür dass es auch gar nicht immer das gleiche sein muss also der individuelle purpose oder ein individueller antrieb mit dem unternehmen unternehmenszweck sonst kann man unterschiedliches sein aber schön beschrieben natürlich sollte es vereinbar sein das sollte natürlich reinpassen jetzt habt ihr beide eben schon von eurem team von eurer mannschaft auch gesprochen habt ihr so ein paar vor vielleicht aber auch also vorteile aber vielleicht auch ein paar hürden ebenso ein sehr stark purpose getriebenes unternehmen sein wenn es darum geht mitarbeiter zu gewinnen zu bekommen und auch dann im team zu haben bei kuchentratsch haben wir mittlerweile zehn vollzeit mitarbeiter und mitarbeiterinnen und so 456 praktis werkis die uns unterstützen und insgesamt über 50 omas und opas die backen die ausliefern die einpacken und diese generationen die wir da an einem arbeitsort irgendwie miteinander versuchen zu vereinen bringt die unterschiedlichen recruiting themen mit sich und wenn ich jetzt auf das jüngere team einmal eingehen dann kann ich ganz klar sagen dass wir bei uns halt auch ganz klare core values definiert haben und versuchen die leute so früh wie möglich zu erkennen passen deren core values zu unserem unternehmen denn ich glaube dass es essentiell ist dass es dort ein match gibt genauso wie auch im purpose wie die zara schon erklärt hat dass ein oder andere ex sich verknüpfen sollte und das versuchen wir sehr stark durch zu deklarieren und und die herausforderung die ich häufig sehe das geht auch noch mal auf das thema davor ein ist dass wir nach außen natürlich sehr rosa und nett wirken und wir sind auch super nett aber manche leute haben dass die herausforderung dass manchmal mit dem wirtschaftlichen nicht vereinen zu können und da clashen diese welten wieder aufeinander und dass wir mit kp is arbeiten dass wir klare rollenverteilungen haben es für manche die von außen kommen und sich bei uns zu werben vielleicht nicht ganz das was sie denken was in einem sozialen unternehmen oder in einer organisation stattfindet und das so früh wie möglich klarzustellen ist das was wir versuchen gut hinzubekommen dass die mit der erwartungshaltung reinkommen das ist diese rosa kuchen welt wenn ich so sagen darf aber natürlich dann natürlich sind unternehmen was genauso auch geführt werden muss hast du noch erfahrungen wenn es darum geht um das recruiting und dann auch mitarbeiter natürlich im team zu haben ja also ich glaube im ergebnis und dann ist es ja meistens zu spät sieht man natürlich der passt in glaube ich bin das so gut wie sonst wahrscheinlich selten in krisenzeiten also wir haben jetzt schon ja durch corona auch viele geflüchtete verloren also partner unternehmen die die geflüchteten abgemeldet haben konnten jetzt gerade auch eine massenentlassung verhindern bei einem partner unternehmen was wo wir ganz stolz drauf sind aber trotzdem ist es natürlich eine krisenzeit und auch wir waren in kurzarbeit im sommer jetzt sind wir es gott sei dank nicht wir entwickeln uns gerade weiter aber da war auch eine zerreißprobe fürs team wer bleibt da wer ist und am schluss ist es wer ist für die mission da wer glaubt wirklich an social b und da das spannungsfeld zwischen unternehmertum und eben sozialen und die katharina beschrieben hat es gibt halt die bandbreite auch wir arbeiten mit values wir haben quasi auch eine scorecard wo die values draufstehen und am anfang haben wir auch immer gedacht ja dann ist der value hat nicht so da aber die fachlichen sachen passen das sind genau die die uns am hinten abspringen oder nur zwei drei monate bleiben und die ersten die gehen wenn in krisenzeiten und ich glaube das war zumindest auch für mich ein learning zu sagen lieber fachkompetenz tatsächlich entwickeln in schulungen investieren und auch wenn das manchmal nicht ganz intuitiv ist und man genau den perfekten fit hat aber wenn die person nicht wirklich dafür brennt dann ist die weg sobald es eine nicht so gute und rosige zeit gibt und deswegen auch ich kann nur sagen values 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 und eben auch das thema team integration wie sehr passt die person in die team dynamik auch da geht es überhaupt nicht nach alter oder herkunft ich glaube da sind wir extrem bunt auch intern aufgestellt vom sales manager bis zum integrations manager der davor pädagoge war und der sales manager war bei wüstenrot im vertrieb also unterschiedlicher kann es von den inhalten nicht sein aber alle brennen halt eben für die mission und sind untereinander bei uns befreundet was oder viele was schon auch sehr dem zusammenhalt hilft das heißt wir rekrutieren tatsächlich auch viel über freunde und empfehlungen also das hat sich bewährt weil sozusagen das netzwerk innerhalb des teams sich dadurch gestärkt hat wir stellen jetzt gerade eine office managerin ein die ist extrem gut befreundet mit unserer recruiterin unser sales manager hat seinen besten freund reingebracht der auch sales manager bei wüstenrot war also so haben wir es auch sehr gute erfahrungen gemacht unser netzwerk zu stärken meistens ist ja auch jetzt gar nicht nur weil jemand jemanden kennt jemand dass er jemanden kennt dass er den rein bringt sondern es ist ja oft auch diese basis die diese menschen haben und deswegen einfach auch wissen das passt von den werten das passt von der zusammenarbeit und deswegen geht man aber mit anderen gefühl auch schon rein und ist natürlich eine schöne art im recruiting aufzumachen dann in dem fall gelern tatsächlich auch die mitarbeiter auch gerne länger kennen über längere phasen also ja ob sie dann bei den ersten team events dabei sind heißt öffnen die team events dass sie ihre freunde und bekannte mitbringen dann lernen wir haben die ersten kontaktpunkte schon also eigentlich unsere mitarbeiter die da sind und geblieben sind die haben wir alle davor über praktiker aber werkstudenten jobs oder eben auch über team events so ein bisschen vorher kennengelernt und auch das finde ich ist eine schöne möglichkeit das macht zum beispiel auch net light eine bekannte firma mit der wir auch immer wieder projekte machen dass die freitags einfach ihre ihr office öffnen für freunde bekannte dass man auch darüber rekrutiert und eine bindung aufbaut eigentlich schon bevor es losgeht in der zusammenarbeit und jetzt habt ihr viel erzählt eben wir die werte habt und auch im alltag einsetzt fürs recruiting aber natürlich auch in krisenzeiten lasst uns noch mal ein bisschen weiter so in die praxis reinschauen also wie kann eben so das thema purpose die verankerung davon im alltag aussehen habt ihr da ein paar rituale vielleicht die ihr für euch nutzt also wo oder wo schafft ihr es eben den purpose der einerseits jetzt definiert ist auf dem papier steht was schon mal ein großer schritt ist aber wie kommt er eben vom papier im alltag ja also in eure projekte in die in die küche hinein wie 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 kann das aussehen habt ihr da ein paar beispiele ich habe mir teilweise gleiche beispiele ich versuche an zu finden ich mir sicher bin dass wir uns unterscheiden denn ich glaube dass wir unsere one and ones wo wir die mannslis einbeziehen einmal im monat mit unserer mitarbeiter mitarbeiterinnen machen dass wir in der scorecard die reingeschrieben haben beim recruiting prozess in fragen einbauen ich glaube dass da wir relativ gleich arbeiten vielleicht gibt es irgendwas wo wir uns noch was anderes erzielen können also ich kann zumindest wir haben zumal ein paar eher lustige rituale entwickelt das eine ist zum beispiel wir immer wenn ein geflüchteter eingestellt wird oder eine geflüchtete haben wir ein onboarding foto wo das ganze team zusammenkommen irgendwie den daumen hoch hält und dann anfängt zu klatschen wenn das foto gemacht wird mittlerweile egal wo ein foto geschossen wird bei social b fangen die mitarbeiter an zu klatschen weil es ein reflex geworden ist also es quasi eine routine eine kleine mini zelebrierung bei jeder vertragsunterschrift wo man sich irgendwie freuen kann wir haben eine riesen mitarbeiter wand also von den geflüchteten über alle menschenleben die wir verändert haben die wand ist riesig da sind jetzt mittlerweile über 250 gesichter drauf die wir nachhaltig integriert haben das heißt sie haben ein jahr programm bei uns gemacht ein jahr beim partnerunternehmen gearbeitet und sind dann übernommen worden eine dauerhafte beschäftigung das sind halt also eine visualisierung ist bei uns sehr stark auch da und ansonsten haben wir schon eher wir haben zum beispiel nicht nur einen financial kpi der sport wir haben auch ein impact der sport also unser motto ist creating chances und das heißt wir haben quasi eine nummer an jeden prozess gemacht wie viele chancen damit kreieren also mit jedem interview geben wir einem geflüchteten eine chance mit jeder übernahme das sind zehn chancen also wir haben es quasi so ein bisschen abstrahiert und spielerisch gemacht und am schluss haben wir halt am monatsende ein ergebnis ein unternehmensergebnis ein financial kpi der sport und impact kpi der sport und sagen wenn wir über 500 chancen schaffen im monat wie gesagt das wird so ein bisschen unterschiedlich gezählt dann gibt es ein team event dann gibt es ein budget frei also solche sachen dass man damit spielt und er den impact inzentiviert als jetzt die financial themen die ja hand in hand zum glück gehen bei uns ist es wenn wir auf die core values noch mal schauen und da auch in das thema noch mal reingehen ist wirklich dass wir oder dass ich versucht habe diese core values so stark im unternehmen zu etablieren dass meine mitarbeiter mitarbeiterinnen in der nacht aufwachen können und aus der pistole geschossen diese core values sagen können denn ich nehme mir im januar immer ein bisschen auszeit und fahr länger weg und es ist eine zeit wo mein team komplett alleine arbeitet und ich habe das gefühl unter anderem dass sie durch die core values die ich etabliert habe mit denen und auch so manifestiert habe sage ich mal die in der zeit wenn ich nicht da bin die entscheidungen selber treffen können und auch wirklich die korps anschauen wenn sie sich unsicher sind und das dazu führt dass ich relativ entspannt in urlaub fahren kann weil ich weiß dass das unternehmen funktioniert und ich glaube das ist ein sehr gutes tool dass ich kennengelernt habe über die jahre wo ich auch sagen kann auch wenn sich am anfang nicht so einfach anhört oder so ein bisschen werte glaube ich es ist essentiell für ein unternehmen das im team mit mitarbeiter mitarbeiterinnen zusammenarbeiten möchte ein riesen schritt nach vorne ist um gut und die richtigen entscheidungen treffen zu können wie weit oder wie konkret habt ihr dann diese values für euch definiert weil value kann ja ein wort sein bis hin zu eben etwas sehr konkret an dem man sich orientieren kann wir haben immer eine headline gebildet und darunter noch mal einen erklärsatz gebaut denn für viele leute bedeuten verschiedene begriffe unterschiedliche dinge und das war für uns ein learning dass wir nicht nur den core value haben der aus drei bis vier worten besteht sondern auch ein zwei sätze haben die diesen core value einmal erklären und das learning dass ich noch hatte zu core values über die letzten jahre war ist das core values nicht fix sind die können und sollen sich auch dynamisch verändern denn das ganze umfeld vor allem in einem start-up verändert sich ja manchmal schon von woche zu woche aber spätestens von jahr zu jahr und die core values können und müssen nicht immer von jedem jahr mitgenommen werden und es kommen auch neue leute hinzu und vielleicht wie bei uns verändert sich ein core value noch mal zum beispiel team war bei uns immer klar ist es rumgeschwommen war aber nie in der ersten runde core values dabei und dann zwei jahre später mir gesagt nee das ist eigentlich ein riesen core value den wir haben die wir noch super gerne ergänzen wollen und da ist mein ansatz wirklich zu schauen wie über die zeit ändert sich das und es ist völlig okay wenn es sich auch ändert sehr schön wir kommen langsam ans ende unserer zeit und ich würde mich freuen wir noch so einen kurzen abschlussstatement habt wenn man so auf die unternehmenskultur als ganzes auch schauen und ins nächste jahr schauen wir haben ein sehr sehr wildes jahr hinter oder fast hinter uns was habt ihr nehmt ihr für euch mit wo möchte ihren fokus setzen wenn es um das thema lebenskultur für euch im nächsten jahr geht also wir haben das relativ klar definiert wir haben da auch morgen ein sehr großes teammeeting zu von daher bin ich bestens vorbereitet auf die frage wir wollen begeisterung und quasi den sturm nach vorne als nur defensive dieses jahr haben wir sehr defensiv agiert und geschaut dass wir investitionen zurückhalten dass wir in kurzarbeit gehen das machen wir nicht mehr wir gehen uns sozusagen nach vorne sind mutig und wollen eben eine kultur der begeisterung wieder bei uns einführen und eben sehr viel mut in neue geschäftsmodelle und in neue zielgruppen investieren als team gemeinsam und dafür auch räume schaffen auch für operative mitarbeiter die sonst eben ja sehr viel in der zeitarbeit sind dass wir alle mitnehmen und nicht nur unser business development team sehr schön sehr schön danke dir katharina dein abschluss dazu ja bei uns ist es so dass wir dieses jahr eigentlich sehr viel wachstum geplant hatten und dann relativ früh im jahr dazu kam dass unser eines komplettes geschäftsmodell eingebrochen ist und wir in dieser zeit geschafft haben jetzt ein zweites geschäftsmodell aufzubauen dass wir nächstes jahr fokussieren das heißt wir nehmen den faden wieder auf und gehen wieder auf wachstum und versuchen alle teamen voranzubringen sehr schön hat euch viel vorgenommen viel vor im nächsten jahr danke euch beiden danke katharina danke sarah für das tolle interview schönen abend noch und alles gute für eure beiden unternehmen und danke euch zum zuhören schönen abend euch noch und viel spaß